Und wieder beginnt ein neues Jahr in Althea. Das allererste Jahr ohne uns, Blue. Was haben wir nicht alles erlebt? Es wird sich sicher seltsam anfühlen, plötzlich auf der anderen Seite des Pultes zu stehen. Auf der richtigen Seite wohlgemerkt. Keine Referate mehr, keine Klausuren und keine Hausaufgaben. Jetzt sind wir die Lehrerin, stimmt's? Erinnert ihr euch? Vor ziemlich genau drei Jahren waren wir an deren Stelle und nun sind wir... Beliebt? Ist es das, was du sagen wolltest, Musa? Falsch geraten. Erwachsen, wollte ich sagen. Aber das gilt natürlich nicht für dich, liebe Stella. Stella, hier, Stella! Keine Panik, Mädels. Best Blue. Und Stella auch. Es ist so aufregend, euch persönlich kennenzulernen. Du bist Leila, die Prinzessin von Andrus. Und du, du bist Tecna. Wir haben schon so viel von euch gehört. Krieg ich ein Autogramm, Blue? Ich hab gar keinen Stift dabei. Nehmt ihr nicht übel. Sie macht es nicht so oft. Wow, wenn das mal keine Begrüßung ist. Das kannst du laut sagen. Ich fange schon an, die Tricks zu vermissen. Die waren nicht halb so aufdringlich. Beeil dich, Stella. Wir sind spät dran. Ich muss dann mal los. Die Pflicht ruft. Wir sehen uns, okay? Es ist mir eine außerordentliche Freude, euch wiederzusehen. Seid willkommen. Guten Morgen, Miss Griselda. Und jetzt folgt mir bitte. Die Direktorin wartet. Aber zunächst werde ich euch auf eure Zimmer geleiten. Nicht nötig. Wir können uns ja aus. Wenn mal wartet. Ja, bitte. Wer seid ihr denn? Das ist unser Zimmer. Ist es nicht? Das hier ist unser Zimmer. Clarice hat recht. Dieser Bereich ist den Schülerinnen vorbehalten. Eure Zimmer befinden sich im Lehrerflügel. Hat man euch das nicht gesagt? Ihr seid keine Schülerinnen mehr. Daran solltet ihr euch langsam gewöhnen. Guten Morgen, Miss Faragonda. Kommt mit in mein Büro. Wir haben eine Menge zu besprechen. Das hier war mal das Zimmer der Wings? Allerdings. Und wenn ihr fleißig lernt, werdet ihr vielleicht mal so gut wie sie. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Euer Wissen wird für die Schülerinnen von Alfea von unschätzbarem Wert sein. Die jungen Damen, die erste Erfahrungen in der Welt der Magie sammeln, können von Enchantix-Feen wie euch viel lernen. Bleibt nur zu hoffen, dass wir die Erwartungen auch erfüllen. Macht euch mal keine Sorgen. Seid einfach nur ihr selbst. Oh, das hätte ich fast vergessen. Die sind für euch. Enchantix-Flügel. Die sind wunderschön. Ja. Da sind auch Schlüssel. Mit ihnen gelangt man in das Herz unserer Schule. Ah. 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 Willkommen im Saal der Verzauberung. Nur wenige auserwählte wissen, dass er existiert. Und ich dachte, ich kenne jedes Fleckchen von Alfea. So kann man sich irren. Was gibt's denn hier zu sehen? Hinter diesen Mauern ist das gesammelte Wissen der magischen Dimension versammelt. Wir sind in einem Museum der Magie. Hier befinden sich Vergangenheit, Gegenwart und sogar die Zukunft. Wir sind auch hier. Wow. Ihr seid jetzt richtige Berühmtheiten. Aber eins dürft ihr nie vergessen. Eine der wichtigsten Regeln. Das Leben einer Fee ist eine endlose Reise. Glaubt nie, ihr hättet euer Ziel erreicht. Soll das heißen, die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um Enchantix-Fäen zu werden, waren völlig umsonst? Dies ist der Alma nach der Fee. Lest ihn und ihr werdet verstehen, dass jede Verwandlung zu einer Veränderung führt. Zu neuen Horizonten. Auch zu neuen Outfits? Das ist ja super spannend. Sieh dir nicht nur die Bilder an, Stella. Ihr alle solltet es lesen, dann erfahrt ihr mehr über die Magiestufen, die eine Fee erreichen kann. Es gibt noch eine höhere Magiestufe als Enchantix, Believix. Believix? Eure Kräfte sind auch jetzt schon ganz beachtlich. Und wegen eben dieser Stärke seid ihr Schutzfäen geworden. Beschützerinnen eurer Welt. Eure Zauber haben bislang nur Einfluss auf die Natur und auf unbelebte Gegenstände. Mit der Kraft des Believix werdet ihr aber auch Menschen erreichen können. Ihre Gefühle. Es ist schon echt cool, eine Enchantix-Fäe zu sein. Aber eine Believix, das wäre die Krönung. Mit unseren neuen Kräften werden wir anderen Menschen helfen können wie niemals zuvor. Die Kraft des Believix wird euch neue Energie geben. Ihr werdet all diejenigen heilen können, die eure Hilfe benötigen. Ich fürchte, das wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Dann aber werden sich die Geheimnisse der Believix-Kräfte offenlegen. Und bis dahin, lest. Was? Kein Stress, das sind nur Bilder, sonst nichts. Ja, da hast du vollkommen recht. Das sind nur Bilder von Feinden der magischen Dimensionen. Die Vorfahren, die Tricks, Dakar, Valtor, sämtliche eurer Gegner sind hier versammelt. Es gibt aber auch einige in Vergessenheit geratene Gestalten, denen ihr euch vielleicht irgendwann stellen müsst. Das sind so viele. Das sind die Schatten der Magie. Um sie zu überwinden, muss eine Fee ihr Licht immer hell erscheinen lassen. Und was ist hier hinter? Wer sind die denn? Ach, die sind unwichtig. Komm, wir wollen deine Freundinnen nicht warten lassen. Ihr solltet euch noch ein wenig ausruhen, bevor morgen euer Unterricht beginnt. Ich bin ja so geschmackt. Seid ihr auch so nervös? Darauf kannst du wetten. Ich glaube, ich habe hier etwas, das euch ein wenig runterbringen wird. Könnt ihr mich hören, Jungs? Hallo, Prinzessin! Brenton! Sind sie das wirklich? Das sind tatsächlich die Spezialisten. Nicht in Fleisch und Blut, aber sie sind's. Ach du meine Güte, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich vermisse dich so, Nabu. Du fühlst mir auch, Leila. Du siehst toll aus, Musa. Du auch, aber es wäre noch viel, viel schöner, wenn du wirklich hier wärst. Wir wären gerne persönlich gekommen, aber Coda Trotta hat die Spezialisten von der Roten Fontäne ganz überraschend vor neue Aufgaben gestellt. Komisch, aber ich kann Sky nirgendwo entdecken. Er versteckt sich bestimmt, habe ich recht? Ich weiß ja, wie sehr er den großen Auftritt liebt. Nein, diesmal leider nicht, Blum. Tut mir leid. Aber er hat eine Nachricht hinterlassen. Ich bin gerade dabei, sie dir zu übertragen. Da ist sie. Wo ist er? Hallo, Blum. Vergib mir, dass ich nicht da sein kann. Aber weißt du, seit ich König von Irakion bin, da hat sich mein Leben, unser Leben ganz schön verändert. Aber ich, ich weiß, dass du das verstehst. Ich habe so viele neue Pflichten und Aufgaben zu erledigen, Besprechungen und Audienzen. Und Millionen andere Dinge, um deren Willen ich hierbleiben muss. Nur deshalb konnte ich nicht zu dem Menschen reisen, den ich so sehr liebe. Viel Glück in deinem neuen Job, Blum. Ich verspreche dir, dass wir uns bald wiedersehen. Die Klasse wartet, meine Damen. Was? Worüber lacht ihr denn so? Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Blum und heute ist das allererste Mal, dass meine Freundinnen und ich es etwas wie Unterricht geben. Ich glaube, in der dunklen Dimension von Obsidian hatten wir weniger Angst. Wir werden euch heute anschaulich darstellen, wie wunderbar, einmalig und wichtig es ist, dass es Feen gibt. Beginnen wir unseren Kurs, der, der hat unser Kurs einen Namen. Wegen Zoologie. gespannt, was wir das. Wir sehen uns. Wir sind ein, das heißt von uns. Danke, danke, danke. Danke. Oh. 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 Oh, 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 oh. Layla will uns damit zeigen, dass Magie nicht alles ist. Durch einen gesunden Lebensstil seid ihr jede Herausforderung gewachsen. Ein gesunder Lebensstil? Also ich habe gedacht, die ach so berühmten Wings hätten ein bisschen mehr zu bieten. Um euch an einem Beispiel zu zeigen, was genau wir meinen, haben wir auf dem Schulhof etwas aufgebaut. So eine Art Hindernisparcours. Ein Hindernisparcours? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Das ist ein einzigartiges Projekt. Professor Palladium hat mir geholfen, es aufzubauen. Nicht so schüchtern, meine Damen. Die Wings sind total selbstverliebt. Für was halten die sich eigentlich? Rockstars? Die scheinen zu glauben, sie könnten uns mit ihren billigen Tricks beeindrucken. So überragend sind diese Wings nun auch wieder nicht. Sie sind nichts als ein Haufen verwöhnter Prinzessinnen, wenn ihr mich fragt. Wie kommst du nur auf sowas, Clarice? Das sind Enchantix-Fäen. Für mich sind das eingebildete Tussen ohne einen Funken Talent, aber glaub ruhig, was du willst, Alice. Es kann gut sein, dass hier gleich jemand seine Meinung ändert. Wie meinst du das? Ein Feuerball. Farbiges Feuerwerk. Ein großer Spaß für Jung und Alt bei vielen besonderen Anlässen. Was steht ihr hier noch rum? Auf eure Plätze. Und das hier ist ein besonderer Anlass. Hey, wo bleibst du denn? Es fängt gleich an. Nicht, dass du noch was verpasst. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Es geht los. Pass auf. Und jetzt, meine Damen und Herren, Lehrer und Schülerinnen, unsere kleine Show mit dem wunderschönen Titel Ein Tag im Leben der Wings. Wings Enchantix! Wings Enchantix! Oh, ich kann da nicht hinsehen. Möglicherweise haben wir uns überschätzt. Ich meine... Professor, Sie kennen doch Blumen. Sie bekommt das in den Griff ganz bestimmt. Oh. Wow, cool! Ja! Hey! Okay, du bist dran, Layla. Du warst schnell, aber sieh dir das an. Morphic Surfwrap! Oh. Kann ich die Augen aufmachen? Kann ich die Augen aufmachen? Wow! Wow! Ja! Ja! Du bist dran. Versuch mich zu schlagen, okay? Ich versuch's. Obwohl es hier in erster Linie nicht darum geht zu gewinnen, sondern darum eine gute Figur zu machen. Wow! 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 Gut, sehr gut sogar. Aber wollen wir doch mal sehen, wie das hier ankommt. Ja! 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 Flora! Wie fühlst du dich? Es geht mir wieder besser, danke. Es war nur dieser komische Rauch und der Schock. Und der blöde Streich dieser Schülerin. Was? Wovon redest du, Musa? Keine Sorge, Flora. Dank Tecna haben wir die Verdächtige geschnappt. Rate mal, wer es ist. Das ist jetzt bestimmt neu für dich, aber die Feuerbälle bestehen zu ca. 75% aus irisierendem Blastophosphat. Ein Pilferchen, das mein Omni-Detektor mühelos aufspürt. Und dieses Gerät hat uns zu deinem Rucksack geführt. Dieses Kästchen haben wir da drin gefunden. Du steckst in Schwierigkeiten. Aber ich bin's nicht gewesen. Bitte, Sie müssen mir glauben. Ich bin sehr traurig über das, was passiert ist. Mit diesem Streich hast du deine Mitschülerin in Gefahr gebracht. Ich habe geglaubt, du seist eine gute Fee, die es mal weit bringen würde. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Aus diesem Grund wirst du Alfea verlassen, Alice. Du wirst morgen früh dein Zimmer räumen. Nein, bitte nicht. Was machst du denn da, Flora? Wo willst du hin? Ich will mit Alice reden, und zwar sofort. Vergiss es. Findest du nicht, dass der Tag schon aufregend genug war? Ich muss einfach wissen, warum sie so etwas getan hat. Warum bis morgen warten? Ich gehe einfach. Ich will nicht, dass mich jemand sieht. Die glauben mir ja eh nicht, deshalb... Oh nein, da ist Flora. Komisch. Wo ist sie nur hin? Ihr Zimmer war leer und selbst ihre Freundinnen. Haben sie schon eine ganze Weile nicht... Wer sind die denn? Das hier ist also Alfea, die weltberühmte Feenschule. Hallo. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Suchen Sie jemanden? Vielleicht kannst du uns tatsächlich helfen, kleine Fee. Wir suchen ein Mädchen namens Bloom. Wir sind alte Freunde von ihr. Ich kenne alle Freunde von Bloom. Aber euch kenne ich nicht. Rogron hat dich etwas gefragt. Also antworte. Na, na. Wir würden gleich die Getrüd verlieren, Gandlos. Sie wird es uns schon verraten. Wo ist Bloom? Das müsst ihr schon selbst herausfinden. Das ist genau das, was ich vorhabe. Gandlos, Bluman, Anagan, teilt euch auf und findet das Mädchen. Mir ist egal, was ihr tun müsst oder wem ihr was tun müsst. Hauptsache, ihr findet sie. Dieses Buch hier ist einfach fantastisch. Hört euch das an. Bloom! Bloom! Psst! Sei still. Wir sind in einer Bibliothek. Flora! Flora ist in großer Gefahr. Was soll denn das heißen, Alice? Lügst du uns etwas schon wieder an? Es sind vier so Typen hier aufgetaucht. Und sie suchen nach dir, Bloom. Da ist sie. Was hat sie denn? Was ist passiert? Sie war nicht gerade höflich. Vielleicht seid ihr etwas hilfsbereiter. Ich suche nach einem Mädchen namens Bloom. Ich bin Bloom. Gute Neuigkeiten, Jungs. Wir haben sie endlich gefunden. Wings Enchantix! Enchantix Das sind aber hübsche Flügelchen. Nur nutzen die ihnen leider nichts. Wir brauchen keinen Schnickschnackern zu fliegen. Eure hässlichen Fratzen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr seid hier falsch. Wir sind hier goldrichtig. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Und das bist du, Bloom. Enchantix Plasma! Suchst du mich, kleine Fee? Du bist zu langsam. Strom, Strom! Was für ein lächerlicher Versuch! Von der Bewegung an der frischen Luft kriege ich Appetit. Wend da! Tu das nicht, Alice! Bloom hat recht. Mach keine Chance. Oh je! Magischer Bassschlag! Mir wird langsam langweilig! Disko-Kugel! Ihr habt es so gewollt! Drachenenergie! Das war ganz nett. Ein Merlinspark! Was ist denn hier für ein Lärm? Alles in Ordnung hier, Landwurzwerg! Leg dich wieder schlafen! Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Bloom. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Bloom. Die Hexer des Schwarzen Kreises sind immun gegen die Kräfte der Feen. Sonnenenergie-Strahl! Pech für euch! Das ist doch unmöglich! Drachenenergie! Drachenenergie! Je mehr ihr mich angreift, umso stärker bin ich. Ich absorbiere eure Energie, Tropfen für Tropfen. Drachenzorn! Ihr habt keine Chance gegen uns. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich auf dich gewartet habe. Der Schwarze Kreis heißt dich willkommen, Bloom. Jäger, seid bereit. Die Tore des Kreises öffnen sich weit. Kein! Es ist zu dunkel und ist er warm. Leiste keinen Widerstand, Blum. Erlaube deinem Schicksal, in Erfüllung zu gehen. Kein! Hilfe! Endlich! Wir haben die letzte Erdenfee gefangen! Hey, Ogron, was ist los? Das sind die Geister des Universums. Der Kreis hat sie abgelehnt. Diese Fee ist ganz offensichtlich nicht die, nach der wir suchen. Da ist Blumen! Arme Blumen! Was hat sie? Blumen! Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Doch die Yacht geht weiter! Keine Sorge. Die Schäden können repariert werden. Und auch eure Wunden werden verheilen. Ihr dürft jetzt nur nicht euer Selbstvertrauen verlieren. Das müsst ihr versprechen. Wir haben nur leider alle enttäuscht. Vor allem die Mädchen da draußen, die zu uns aufsehen. Ruhm ist vergänglich, aber die größte Tugend einer Fee ist ihre Stärke. Tja, das sollte mal jemand Stella sagen. Möchte jemand ein Autogramm? Oder ein Foto? Hm? Ihr dürft mich fragen, was ihr wollt. Wie wär's mit einem kleinen Stella-Schminkkurs? Folgt mir bitte. Hier ist jemand, der uns etwas zu sagen hat. Hallo, Clarice. Frau Direktorin, ich muss Ihnen etwas sagen. Alice ist unschuldig. Der Feuer bei war allein meine Idee. Miss Griselda hat mir bereits alles erzählt. Aber ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Ich weiß deine Ehrlichkeit auch zu schätzen. Heißt das, Sie werfen mich nicht von der Schule? Das hatte ich anfangs vor, aber dann hat mich jemand umgestimmt. Danke, danke. Vielen Dank. Du solltest nicht mir danken, sondern lieber deiner Freundin Alice. Danke. Und was lernt ihr daraus? Es sind Schülerinnen wie Alice und Clarice, für die ihr immer euer Bestes geben müsst. Genau. Für Leute wie sie stellen wir uns den Hexern des Schwarzen Kreises. Wer sind diese Typen überhaupt? Und was wollen sie? Das ist eine uralte Geschichte, Tecna. Ogon und die Feenjäger entstammen der dunkelsten Zeit in der Geschichte der irdischen Feen. Wenn ihr euch der neuen Gefahr stellen wollt, müsst ihr stärker sein als je zuvor. Die Reise, die euch über die Enchantix-Stufe hinausführt, beginnt heute. Der Geliebigszauber ist euer neues Ziel. Und dieses Buch wird euch den Weg weisen. Wenn ihr stets treu seinen Anweisungen folgt, werdet ihr hunderte Möglichkeiten zur Auswahl haben. Wow. Und mit jedem Mal werdet ihr wachsen. Innerlich und äußerlich. Miss Faragonda, wir sind bereit. Es kann losgehen. Gut, dann erzähle ich euch jetzt eine Geschichte, die ich nie wieder erzählen wollte.